Ich habe hier gerade so üble Legs, Leute. Tut mir wirklich leid. Ich baue hier 10 Blöcke ab und 5 kommen wieder. Houston. 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 Nein. Ich brenne. Hilfe. Hallo Minecraft. Willkommen zur nächsten Folge Crash Landing. Mavir ist auch mal wieder dabei. War ja schon so geplant. Hallo. Spinner. Spinner morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Die da hängt im Baum. Bleibst du? Komm her. Ah, da ist noch eine. Ja. Du kannst auch dein Werkzeug nehmen. Ja, die Spinner war hinterm Baum in den Saar hochgeklettert und hat sich nicht treffen lassen. Da war, glaube ich, noch eine, die hier ins Pyrofium gesprungen ist. Die ist hier gestorben. Gut. Oh, da hinten ist ein Gast. Oh. Oder zwei Stück sogar. Ah, die ignorieren wir mal. Ja, denke ich auch. So. Ah, was ist jetzt? Au. Wir haben uns überlegt, ähm, dass wir hier mehr Platz brauchen. Auf jeden Fall. Äh, der Gast kommt. Ich baue uns hier gerade mal eine Wasserversorgung. Äh, der Gast guckt mich dauernd an. Was? Ja. Ich guck dich an. Nicht du. Nicht der Gaststicke, sondern der Gast. Gast. Ach, ich kann das nie aussprechen. Ähm. Gast. Ich sollte eigentlich noch eine, ähm, Ding machen. Noch eine Schere. Weil das, das Laub müssen wir ja nicht einfach so, äh, vergammeln lassen. Nehmen wir doch lieber, machen wir doch lieber was Sinnvolles daraus. Gleich steht unsere Wasserversorgung. Äh, da ist auch ein Gast mit, aha. Nein. Achtung, du brennst ins Wasser. Na, Mann. Ich bin, ich bin, irgendwo bin ich wirklich, äh. Varuna und Cobble Generator. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. 500 Millibuckets Wasser haben wir schon, sehr schön. Sobald wir das automatisieren können. Achtung, Baum kommt, hoffentlich. Ja, ich steh grad drin. Das war praktisch, weil ich brauche nämlich jetzt noch jede Menge Holz. Ja, ich wollte jetzt eigentlich auch gleich mal rausgehen. Im Moment hier ist auch noch Holz. Ich lege dir das mal da hin. Achtung, Gast, Gast. Achtung, ich bin gleich tot. Oh, danke. Ich hatte noch drei Herzen. Ich geh mal schnell rein. Äh, ich kümmere mich einfach mal ums Essen, oder? Oh, ja. Spinnenauge, Spinnensuppe. Warte mal, da war noch ein Spinnenauge, das will ich haben. Äh, ich hab noch eins. Ich hab's auch gekriegt. Du kannst auch, äh, den, den Reis mal anbauen. Oh, ich hab hier noch einen, äh, Fisch, einen rohen. Äh, wir brauchen dafür einen Mettok. Den haben wir noch nicht. Äh, ja. Soll ich gerne machen, oder willst du? Äh, kannst du selber und dann draußen anpflanzen. Also da beim, beim... Ja. Gut, also. Was brauchen wir denn? Ich glaub, ähm... Spider... Soup. Ähm... Was? Einen Pott brauchen wir. Äh, wir brauchen vier Eisen-Ingots. Eine Mixbowl kriegt man, glaub ich, hin. Und zwei Eisen hab ich noch. Ähm... Ah, da haben wir noch. Diese Koch-Utensilien, vergiss nicht, die im, äh, im Quest-Buch abzugeben. Mhm. Die werden verlangt. Achso, ne, ich muss ja erst mal... Hast du, ähm, Kohle gemacht? Äh, nein, noch nicht. Wie, wofür reicht denn ein Stick? Reicht das für ein Inget? Ähm... Ich glaub, du brauchst zwei Sticks, oder? Ähm... Mach mal, mach zwei, ja. Wobei wir jetzt auch immer noch Kohle machen können, wenn du willst. Ich hab da ein Camelpack. Und was? Ja, und du brauchst Wasser. Ja, das ist leer, das war gerade... Und ich mach hier hinten mal eine Küche rein. Oh ja. Und vergrößer mal den Raum hier ein bisschen. Damit wir auch hier drin ein bisschen mehr Platz haben. So, Metocadema. Die Reissamen. Zack, zack. Was brauchen wir noch nicht? Ah, das, das Glas und so wollte ich austun. Zombie-Jerky, Beef-Jerky, Rotten-Flash ist alles Essen. Ein Ei ist auch Essen. Ein Bone brauche ich. So. X-Ball kommt da rein. Ja, zwei Sticks waren für... Ein... Äh, jetzt hab ich keinen Stick mehr, hast du nur Holz? Äh, Holz hab ich noch, ja. Deine Soundqualität ist gerade extrem mies. Echt? So, ja. Klingt gerade extrem hohl, hast du irgendwas verändert? Nein. Es kann sein, dass es am... Am Internet liegt. Und den Anforderungen, die gerade gebraucht werden. Ah, der Skype runtergegelt hat, okay. Hast du gerade zwei Eis noch genommen? Ah, ne, hier ist es ja in der Kiste. So. Guck mal, ich hab dir Reis mitgebracht. Ich hab doch gerade Sticks gemacht. Bin ich blöd? Ah. Ah, hier sind sie. Oh Gott. Ich fang an, verrückt zu werden. So heiß ist doch gerade gar nicht. Ähm, ja, danke. Ich mach noch mehr Reis. Kannst du Mehl draus machen? Kannst Brot draus machen? Kannst du Reissuppe draus machen? Ja, Reissuppe ist gut. Ähm, es gibt immer gut Nahrung. So. Oh, ne? Weiter klicke ich auch hier in die Essenskiste. Jupp. So, einmal das. Einmal das. Und dann das hier gibt's Stock. Und ich glaub, mit Reis kann man auch Stock machen, gell? Ne, doch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging. Salz brauchen wir noch. Das ist vorne in der Kiste. Salz haben wir genug. An Salz soll's nicht scheitern. 52. Ich weiß die Rezepte nicht mehr. Ähm. Hangover, Hone. Das ist schön. So. Nein, Quatsch. Ich suche einfach nach Soup. Rice. Such mal nach Rice. Rice Soup. Ah, den anderen brauche ich. Den Pot brauche ich. So. Und dann. Curry-Reis. Oh, hätt' ich jetzt gerade was drauf. Ja, könnte mal essen. Ähm. 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 Stock braucht man noch. Wie kriegt man noch mal Stock? Hauptsächlich durch. Ähm. Fleisch. Spinnlau. Ähm. 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 Irgendwas. Ähm. 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 Äh. Wie heißt das? Gemüse? Gemüse oder Bones. Ähm. Ähm. Hier. Ah, ja. Kriegst mal was zu essen. Oh, danke. Oh, reißen. Sehr schön. Danke. Äppel. Was, 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 was ist denn mit Apfel? Äppel Pie, glaube ich. Äppel Sauce. Ah ja, davon können wir einiges machen. Machen wir mal acht Stück. Gut. Dann. Hm. Ja. Ähm. Also in der Kiste ist ein bisschen was an verschiedener Nahrung. Ich würde jetzt mal schnell hier ein bisschen. Was sagt die Tageszeit? Oh, ist gleich schon wieder Nacht. Irgendwie habe ich ein paar Lacks. Ich würde jetzt nur einfach noch ein bisschen ähm Dust abtragen. Weil eigentlich sind wir gar nicht dazu gekommen, die Fläche jetzt zu vergrößern. Oh, ich habe ja gerade so üble Lacks, Leute. Tut mir wirklich leid. Also ich baue hier zehn Blöcke ab und fünf kommen wieder. Bei mir ist alles in Ordnung. Mir liegt wohl gerade an den Anforderungen, die ich, äh, die ich meinem PC stelle. Oh, weil da kleiner Hitzeschlag. In der Nacht? Ah, jetzt geht's gerade wieder. Jetzt läuft's. Äh, sag mir mal, wenn du irgendwo Monster siehst. Äh, ich bin gerade Wasser am Abfüllen. Okay, ich komme jetzt gleich rein. Ich hoffe, ich... Okay, jetzt sind wir da. Mein Camelpack zumindest wieder halb gefüllt. Das ist jetzt noch ein bisschen alles manuell, sehr ungünstig. Ich komme rein, Achtung. Ja. Äh. Da. Tür. Okay. Gut. Ähm. Hier ist noch Laub. Das habe ich auch noch einiges. Wir haben Steinen, sehr schön. Ähm, was sagt mein Wasser? Wasser habe ich noch ein bisschen. Äh, wie machst du jetzt das Wasser? Ähm, ich habe draußen über das Parothelium den Crucible gestellt. Den, ähm... Ja. Und da kommt dann ganz einfach das, ähm... Ähm, das Laub rein. Und das schmilzt dann zu Wasser. Okay. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen ungünstig, weil ich dann noch keinen Transferknoten habe. Das heißt, das wird nicht vom Fass automatisch rein, äh, gepumpt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Okay. Und dann brauchen wir nur noch... Müssen wir nur noch so weit rauskommen, dass die, ähm, dass wir dann noch Tanks bekommen. Da können wir das Ganze auch in Tanks pumpen und dann einfach hier drin... Und aus dem Crucible kann ich einfach Wasserflaschen rausnehmen? Ähm... Oder wie kriege ich das Wasser da raus? Es geht auf jeden Fall mit dem Eimer. Ähm, es ist Nacht, pass auf. Ich habe... Ja, da haben wir noch keine Fackeln oben draufgestellt, da hast du aber vergessen. Ah, ja. Ähm, mit dem Eimer geht es auf jeden Fall. Ich habe einen Eimer. Ähm... Mal ausprobieren. Ja. Wobei ich gerade überlege... Warte mal. Könnte man das nicht so bauen, dass wir von innen dran kommen? Da müssen wir nicht immer raus. Ähm, klar. Ähm, ja. Würde ich eventuell auf morgen verschieben. Oh, ein Skelett auf einem Gas, das ist ungünstig. Naja. Dann verschieben wir es auf morgen. Und das ist das Ende von der heutigen Folge, denke ich. Ähm... Ich habe ein bisschen draußen angefangen, das Areal zu erweitern. Du warst fleißig mit Wasserversorgung. Außerdem haben wir jetzt noch ein bisschen... Ein paar verschiedene Nahrungsmittel. Ich denke, wir kommen langsam voran. So langsam wird sichtbar, ja. Genau. Und, äh, so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye. 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 Bye.